Ja, liebe Zeppu, mein schöner roter Klavier habe ich dank Dir, dank Euch im Unisono wieder nach langem mein Klavier spielen angefangen und darum wünsche ich Euch zu Euch im 25-Jahr-Urbiläum nur das Beste für Dezeppu, für Eues Team Es ist einfach geil, wenn man zu Euch kommen, wenn man etwas holen kann, einen Kaffee nehmen oder einen guten Rat braucht Und wie gesagt, mein roter Klavier, ich liebe es über alles und das danke Dir! Vielen Dank!